Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass wir heute wieder alle gemeinsam hier in meinem Studio sind und hoffe, es geht euch gut und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich hatte es euch versprochen, wir werden heute alle Catrice Neuheiten testen und da ihr jetzt sehr viele Catrice Produkte in den letzten Tagen hier gesehen habt, dachte ich mir, packe ich noch ein paar andere Produkte dazu, die so ein bisschen neu sind, die ich nochmal erklären möchte und ich glaube, dass die gut zu diesem Video passen. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und lasst mir doch unbedingt ein Like da. Des Weiteren sind in diesen Videos wieder einige Emojis versteckt. Zählt diese gerne, schreibt mir, wie ich euch kontaktieren kann und dann könnt ihr einmal von mir das komplette neue Catrice Sortiment bekommen. Alle Produkte in allen Ausführungen, die ich habe, plus das Nagellackset und das Ganze mache ich demnächst nochmal, aber ich wollte es euch hier einfach schon mal sagen und dann könnt ihr ein bisschen was gewinnen. Ich starte tatsächlich auch direkt schon, denn es gibt wirklich viele, viele Produkte und ich möchte gleich mit dem Energy Superfruit Protection Serum anfangen. Ich habe schon einige Sachen getestet, das heißt, ich kann euch schon so ein bisschen was sagen. Das mochte ich sehr, sehr gerne, einfach so ein bisschen als Primer, als aller, allerersten Schritt. Und es zieht gut ein, es ist nicht parfümiert, hier ist Blue Light Protection drin. Ihr kennt meine Meinung zu Blue Light Protection. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung, ob das nötig ist. Es fühlt sich aber auf der Haut sehr gut an. Ich war vor ein paar Tagen bei der Kosmetik, deswegen sehe ich so ein bisschen zerrubbt im Gesicht aus. Aber dafür ist das ganz gut. Also ich habe das jetzt die letzten Tage benutzt und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich mache aber auch direkt weiter und zwar mit meinem Primer, der eigentlich eher wie so eine Feuchtigkeitscreme ist. Ich nehme nur eine ganz, ganz kleine Menge, der ist ja super, super reichhaltig und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal sagen, alle Rossmann Filialen sind nochmal bestückt worden. Also wenn ihr nichts bekommen habt, schaut gerne vorbei. Es ist noch was da in den Filialen nachträglich angekommen. Und wenn ihr noch nicht die Möglichkeit habt, in eure Rossmann Filiale zu gehen, geht hin, holt euch Backups, weil ich glaube, das war tatsächlich die letzte Runde von der Auffüllung. Aber nur damit ihr die Info einmal von mir bekommen habt. Alles auf der Haut fühlt sich sehr, sehr gut an. Jetzt seht ihr so ein paar Unreinheiten. Die werde ich auch gleich abdecken, denn wir haben ja diese nagelneue Skin Hydro Tin Foundation, die recht spannend klingt, muss ich sagen. Bevor wir das machen, möchte ich einen Primer benutzen. Auch den habe ich schon benutzt. Ihr kennt mich, ich probiere so ein bisschen, ja, vorab schon die Sachen zu testen, um euch ein kleines Feedback zu geben. Das ist der Vitamin C Fresh Glow Primer. Der ist vegan, hat kein Silikon, kein Mikroplastik und keine Parabene hier mit drin und ist aus der Clean-ID-Reihe. Der ist ähnlich wie der Tensational Primer, würde ich sagen, hinterlässt aber nicht so viel Glow. Mittlerweile, vor allen Dingen bei diesen Skin Tins, ist es mir persönlich wichtig, sehr viel Hautpflegeprodukte vorher zu benutzen und sie auch so einen kleinen Moment auf der Haut zu lassen. Bei diesen Skin Tins ist es oft so, dass sie so leicht sind und sich so mit der Haut verbinden, dass wenn ihr wirklich euch ein paar Minuten vorher Zeit nehmt, die Produkte zu benutzen für eure Hautpflege, sieht das Ganze schöner aus. Und eigentlich, also ein bisschen schwierig. Eigentlich wollte ich so einen No-Make-Up-Make-Up-Look machen heute. Das kann ich aber nicht. Also, das kriege ich nicht hin. Deswegen wird es wahrscheinlich eine leichte Base und sonst Full-Coverage und Full-On-Glam-Make-Up. Aber ihr kennt mich, Freunde. Ihr kennt mich. Primer, Skincare-Produkte haben mir sehr gut gefallen in den letzten Tagen. Also, für das Geld ist das eine gute Sache. Jetzt seht ihr auch den Glow auch in Kombination mit meinem Primer. Übrigens könnt ihr den auch super als Grundlage für eine BB-Cream nutzen. Macht einfach einen Spritzer von eurer liebsten Foundation hier mit rein. Dann mischt euch das und ihr habt ein super, super leichtes Finish. Auf Instagram werdet ihr das wahrscheinlich schon gesehen haben oder ihr seht es in den nächsten Tagen. Dann mache ich euch so ein kleines Tutorial dazu. Ich überlege, ob ich erst mit den Augenbrauen anfange. Ich glaube ja. Da muss ich sagen, ich bin wirklich ein Fan von dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze gewesen. Das ist mittlerweile mein drittes. Das Problem ist, irgendwann, es geht dann ganz schnell und dann trocknet das aus. Ich sprühe das dann immer mit Rosenwasser oder mit so einem Wasserspray ein. Dann geht es wieder. Das reduziert aber so ein bisschen die Klebeleistung, muss ich sagen. Und dieses Ding hier von Catrice ist wirklich, wirklich gut. Man muss ein bisschen aufpassen. Man darf einmal raufgehen und dann nicht mehr. Weil sonst, das hält halt die Augenbrauen richtig, richtig krass da. Ich habe das jetzt hier wirklich schon zwei Wochen benutzt. Ich gehe hier einfach rein und probiere wirklich jedes Haar zu erreichen. Und nicht so wie bei dem Brow Freeze, wo ich ja wirklich so hin und her gehe, sondern wirklich so nacheinander. Und dann drücke ich entweder mit einem Pinsel oder mit meinem Finger die Härchen an die Haut. Gehe hier oben rüber, nehme den Rest vom Kleber weg. Und dann habt ihr diese Fluffy Brow. Und jetzt seht ihr, hier hinten kommt dann manchmal so ein kleines Würstchen. Finde ich persönlich nicht schlimm. Ich mache die Augenbrauen ja dann meistens vor der Foundation und kann das dann so ein bisschen berücksichtigen. Und dann darf man halt wirklich nicht mehr durchgehen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ganz ehrlich, wenn ich... Das Brow Freeze kostet, glaube ich, 26 Euro. Das kostet 4 Euro. Wenn ich 20 Euro spare... 20 Euro ist eine Menge Geld, Freunde. Und ihr habt dieses super fluffy Brow. I love it. Ich lasse das Ganze jetzt auch erstmal so. Und wir swatchen einmal so ein bisschen die Foundations im Gesicht. Ich bin gespannt, welche Farbe passt. Ich habe die 20 und die 30. Ich glaube, die 20 wird meine Farbe sein. Ganz, ganz wichtig bei solchen Produkten. Schüttelt die unbedingt. Weil wenn die eine Wasserbasis haben, dann separieren sich die Produkte. Hier ist so ein Nagelöl von Katriss. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Unten ist eine andere Viskosität als oben. Und wenn ihr das schüttelt, dann verbindet sich das wieder. Die soll ein gesundes und ebenmäßig aussehendes Gefühl hinterlassen. Leichte bis mittlere Deckkraft haben und ein angenehmes Tragegefühl. Geben wir mal ein bisschen erst was auf meine Hand. Oh, it's a match. Oh, it's a match. Wir tragen das Ganze mal mit einem Brush erstmal auf. Ich nehme erstmal ein bisschen. Ich glaube, dass das wieder so ein Produ... Oh, wirklich ein Match. Haben wir endlich ein Color Match, Freunde. Zwei Jahre, nachdem ich meine Palette rausgebracht habe und es nicht geschafft habe, die passende Farbe zu finden. Okay. Also tatsächlich, ja, es ist eine leichte Deckkraft. Bei mir passt die 020 perfekt. Ich hole euch gleich mal ein Stückchen heran und nehme auch noch ein bisschen mehr. So könnt ihr das Ganze ein bisschen besser sehen. Wir tragen das Ganze erst mal auf der halben Seite mit dem Pinsel auf. Ich muss sagen, ich war eher so ein bisschen skeptisch, als ich die Foundation auf meinem Arm geswatcht habe. Aber das habt ihr ja gesehen, dass sie so sehr wässrig ist und sehr, sehr leicht ist. Aber jetzt auf der Haut, muss ich sagen, ist die anders als die Urban Decay. Die Urban Decay ist wirklich eine Foundation einfach. Und viele haben gefragt, ob man die vergleichen kann mit der Charlotte Tilbury. Kann man nicht. Also auch direkt schon hier auf den ersten Eindruck. Ja, sie haben ähnliches Packaging. Aber sie sind, sie ist sehr, sehr leicht und sie verbindet sich recht schnell mit der Haut. Ich gehe jetzt mal mit dem Schwamm hier einfach rüber und baue mir das so ein bisschen auf. An den Stellen, wo ich ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Und ganz ehrlich, fürs Frühjahr, für den Sommer, für die Situation, wo wir nicht ganz so viel Deckkraft brauchen oder auch manchmal einfach nicht wollen, ist das sehr schön. Ihr seht das, ne? Hier ist das alles so ein bisschen unruhiger. Ich habe jetzt keine schlechte Haut heute. Einfach so ein bisschen unruhig. Und hier ist das sehr, sehr gut ausgeglichen. Ihr bekommt selbstverständlich auch nochmal eine komplette Nahaufnahme, so nah es geht. So, dass ihr die Hautstruktur auch sehen könnt. Ich muss sagen, die sieht wunderschön auf der Haut aus. Also tatsächlich sieht man nicht, dass irgendwas auf der Haut drauf ist. Vom ersten Gefühl, grandios. Mit einem Schwamm habt ihr natürlich wesentlich mehr Deckkraft. Und tatsächlich brauche ich auch noch so ein bisschen mehr. Je nachdem, wie man es haben möchte, ne? Ich mag es ja gerne, wenn es so ein bisschen mehr Deckkraft hat. Ich baue das jetzt auch zu einer Deckkraft auf, die wirklich so ist, dass ich sage, okay, das gefällt mir. Farblich ist es das eingetroffen, was ich gesagt habe. Also dadurch, dass die ja so leicht ist, passt sie sich so ein bisschen besser an. Und apropos, mir hatte jemand in die Kommentare geschrieben, dass es die jetzt auch in 10 Farben gibt. Ich schaue mir das Ganze mal an. Neuheiten. Ach ja, verrückt. Klasse. Genau das, was ich gesagt habe. Mittlerweile gibt es 10 Farben. Und ich hatte ja nur die ersten 4. Mega. Ja, Dior hat eine Summertar Foundation rausgebracht mit so einem beigefarbenen Deckel. So sieht die aus. Wobei ich sagen muss, die hat sogar noch ein Stückchen mehr Deckkraft. Könnte für den Alltag einer meiner neuen Lieblingsfoundations werden. Okay, wir testen Concealer. Der ist von ELF. Das ist der Hydrating Carmo Concealer. Der ist jetzt nicht so neu, aber recht neu. Kommt in so einer Verpackung. Ich habe ihn in zwei verschiedenen Farben gekauft, weil man bei Douglas nicht swatchen durfte. Ich nehme erst einen dunkleren, gebe mir davon so ein bisschen hin. Der soll halt Feuchtigkeit spenden. Also es gab ja den Carmo Concealer schon mal. Der war dann so ein bisschen trockener. Und der hat so ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Extreme Deckkraft. Okay. Ein bisschen gelblich. Ich nehme jetzt mal den anderen. Der riecht ein bisschen komisch. Und dann blenden wir den einmal aus. Und jetzt seht ihr, das war es jetzt mit Natural Makeup. Ist ja das, was ich sage schon seit einer Weile. Oder manchmal reicht es, wenn man eine leichte Foundation trägt. Und dann so ein bisschen mehr Concealer. In meinem Fall zum Beispiel brauche ich ja ein bisschen mehr immer. Ich muss wirklich sagen, das gefällt mir besser als gedacht. Eine ganz große Liebe ist tatsächlich der Contour Stick geworden. Habe ich auch schon jetzt eine Weile getestet. Und mag ich wirklich gerne. Ich nehme beide. Einmal die 010 Light und die 020 Medium. Der Unterschied ist, mir ist es aufgefallen beim Testen, die 010 ist grau. Ihr seht das, das ist richtig, richtig kühl. Und gibt den Schatten. Die 020 ist sehr, sehr warm. Und die setze ich drüber. Und dadurch habe ich einfach so eine Kombination aus warm und kalt. Was schwierig ist, muss ich sagen, ist dieser Highlighting Stick. Also, der ist ein bisschen fester von der Konsistenz und schmilzt nicht so ganz. Also seid da eher vorsichtig. Wenn ihr da direkt unter die Augen geht beispielsweise, nehmt ihr euch den Concealer mit weg. Für punktuell Highlighten machen wir gleich. Funktioniert aber ganz gut. Und den habe ich getragen. Der hat wirklich den ganzen Tag sehr, sehr gut auf meiner Haut funktioniert. Und den blende ich jetzt hier einfach aus. Und ihr seht, wie schnell es geht. Ich nehme einfach so einen T4 von Letizia. und drücke einfach rauf. Mit dem Rest gehe ich nach vorne und ihr habt eine Kontur. Ich hatte ihn damals auf der Webseite nicht gefunden. Aber ich glaube, er müsste jetzt da sein. Und ich habe auch eine Nachricht von Catrice bekommen. Die Produkte kommen Ende Februar, glaube ich, in die Filialen. Beziehungsweise zu den anderen Online-Retailern. Schöne Kontur, schöne Farbe. Auch beide zusammen sehr, sehr gut. Und dann habe ich damals einfach hier den Concealer-Stick genommen. Meistens mache ich es mit Concealer. Gehe hier runter. Setze noch mal ein Highlight. Oder ihr könnt es auch auf eure Hand geben. Dann wird er schon mal so ein bisschen warm. Das ist jetzt 0,20. Und dann nehme ich den Pinsel und helle mir das so punktuell noch mal so ein bisschen auf. Also direkt mit dem Stick auf die Foundation würde ich nicht unbedingt gehen. Aber mit so einem Brush so ein bisschen einblenden. Funktioniert es ganz gut. Wir haben Lippenstift, Freunde. Das ist der Power Lipstick Plumping Gel in der Farbe 0,10. Und den wollte ich als Blush benutzen. Der hatte ja so eine tolle, cremige, gelige Textur. Und erinnerte mich so ein bisschen an diese Nabla Duo Palette. Wo auf der einen Seite der Blush und auf der anderen Seite dieser Gel. Und ich nehme jetzt einfach mein Blush Brush. Und gebe mir schon mal so ein bisschen hier hin. Und dann... Genau das ist es. Durch diese gelartige Textur legt sich alles sehr, sehr schön auf die Foundation und reflektiert dann noch mal. Also ihr müsst wissen, Make-up ist am Ende des Tages ja nur Licht. Er riecht tatsächlich nach Rigola so ein bisschen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, weil es mal ein anderer Geruch ist. Ich bin ja so ein Geruchsmensch. Ich liebe Düfte in Make-up, wenn sie nicht zu doll sind. Das ist ein ganz, ganz zarter Duft. Das Schöne ist, der riecht nicht so süß. Und oft riecht Make-up süß. Und ich glaube, dass das so eine ganz, ganz schöne Sache ist, dass nicht alles nach Plätzchen und Vanille riecht. Und... Wow. Boys and Girls, hear me out. Ich nehme einmal ganz kurz meinen Holy Grails Flawless Baking Powder mit einem Pinsel tatsächlich auf. Ich nehme auch den von eben. Gehe hier einfach so ein bisschen rein. Concealer creased ein bisschen. Und mattiere mir ganz leicht hier unter den Augen. Und ihr seht sofort, wie ausgeglichen das alles ist. Wie gesagt, wenn ihr nicht baken wollt, selbst so habt ihr das schönste, weich gezeichneteste Finish. Ich will tatsächlich auch die ganze Foundation nicht setten. Ich mag das ganz gerne. Es ist nicht zu glowy. Es ist nicht zu glipschig. Wenn ihr so eine Foundation manchmal nicht settet, dann hat man ja so ein Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen rutscht. Habe ich jetzt tatsächlich nicht. Wenn ihr so eine ganz, 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 ganz leichte Schicht auftragt. Sehr, 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 sehr schön. Wir haben aber noch dieses neue Puder. Und das ist die Banana Shade mit 12 Stunden Lasting-Effekt. In der Kamera sieht es jetzt gar nicht so gelb aus. Ich gehe hier einfach auch rein. Und helle mir den unteren Augenbereich noch ein bisschen auf. Das ist jetzt nicht so ein richtiges Gelb. Aber zum Highlighten ist das sehr, sehr schön. Ich helle mir tatsächlich hier außen immer auf. Ich finde, das liftet den Wangenknochen noch ein bisschen. Und dann kann man hier punktuell einfach noch ein bisschen was draufsetzen. Wahnsinnig schön. Wie gefällt euch die Base? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Die Deckkraft durch den Concealer natürlich da. Aber je nachdem, wie das Licht fällt, ihr seht es, ist das so frisch. So. Ich bin gerade aufgewacht. Ich habe sehr viel Selleriesaft getrunken. Und das Leben ist gut. So fühle ich mich gerade. Ja, auch mal ein schönes Gefühl. Das ist im Moment nicht so einfach. Base ist schön. Ich benutze jetzt hier einmal diesen Augenbrauenstift. Das ist der On Point Brow Liner in der Farbe Dark Blond. Und dadurch, dass ich mir meine Augenbrauen blondiert habe und ich im Moment zu diesen, ich habe ja jetzt keine Bleach Brows, aber ich habe recht helle Augenbrauen im Vergleich zu meiner Haarfarbe. Aber das seht ihr jetzt nicht durch meiner, durch das Licht hier. Gehe ich mit dem helleren und der ist ja trotzdem nicht hell. Also man sieht ihn auch bei mir. Ihr seht, ich kann einzelne Haare reinzeichnen. Das ist auch für meine Jungs eine gute Sache, um den Bart so ein bisschen aufzufüllen. Wenn ihr einfach diese kleine Punkte setzt. Ein bisschen ausblendet. Ja, gefällt mir besser als der damalige. Das war ganz verrückt. Damals im Sortiments-Update hatte Catrice welche rausgebracht mit Essence und mir haben die von Essence damals besser gefallen. Jetzt haben wir einen sehr ausgeglichenen, ausgeglichenen Look würde ich sagen. Dann hattet ihr geschrieben, dass wir unbedingt diesen Monolidschatten als Blush benutzen sollen. Ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht zu dunkel ist. Könnte nämlich sein. Das ist dieser Monolidschatten in der Farbe Pinky Peony. Ich gehe hier rein. Ganz, ganz leicht nur. Ich nehme wirklich viel ab. Und, ja, also, wenn ihr dunkler seid als ich, sehr, sehr schön. Ansonsten könnte es vielleicht ein bisschen zu Terrakotta-lastig sein. Aber ihr seht, es gibt halt so ein bisschen Terrakotta-Vibe. Finde ich ganz schön auf dunklerer Haut wahrscheinlich. Dafür kann man das gut benutzen. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass es den Glow Lover Sheer nicht noch in anderen Farben gab. Der war ja wirklich fantastisch. Sie haben jetzt einen Highlighter rausgebracht, was auch gut ist. Ich glaube aber, dass die Farbe für viele nichts ist, weil er halt sehr, 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 sehr weiß ist. Ich nehme einfach ein Brush jetzt hier rein und dasse das nur rüber. Und ihr seht, das ist schon sehr hell und ist eher wie so ein Highlighting-Powder. Da, glaube ich, ein bisschen zu viel Mika drin. Also, wenn ihr ganz, ganz hell seid, könnte ich mir das als Finish-Powder vorstellen. Als Highlighter ist es mir persönlich zu schmach. Das ist wirklich nur so ein Hauch. Deswegen benutzen wir hier nochmal den Holy Grails Highlighter. Der passt farblich natürlich so ein bisschen besser zu mir. Und den setze ich mir hier oben hin. Und dann habt ihr halt auch wirklich diesen super wet-Skin-Look. Selbst wenn ihr die Foundation setet vorher, könnt ihr mit diesem Highlighter so ein bisschen was erreichen. Ich liebe die Brows heute. Und jetzt kommen wir zu der Palette. Da haben sich so viele drüber gefreut. Tatsächlich. Ich mich auch. Denn das ist so eine Palette, die habe ich so in der Drogerie auch noch nicht gesehen. Klar, wir haben wieder diese Basic-Farben. Dieses etwas kühlere Terracotta, wärmere Töne. Aber dann diesen Hint of Mint. Finde ich super gut den Namen. Und ich möchte heute auch wirklich einen super simplen Look damit schminken. Sehr Frühlingslastig. Dem jetzt hier mal so einen kleinen Pinsel. Ach, der ist sogar von Catrice aus irgendeiner LE. Und gehe in die Farbe Shady, das ist mein Name. Und platziere mir das nur in die Crease. Wirklich hier außen hin, um hier einfach so ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Sehr pigmentiert. Und blend das aus. Es wird ein sehr, sehr simpler Look heute, Freunde. Also dadurch, dass die Base ja schon so fresh ist, super kühl, kann ich mir gut als Konturton vorstellen. Möchte ich heute wirklich so einen cute Mint-Look schminken. Jetzt, Freunde, nehme ich mir einen flachen synthetischen Pinsel und gehe in die Farbe Mint. Das ist dieser Blauton. Und presse den erstmal hin. Schau mir an. Okay. Da würde ich fast eine weiße Base nehmen. Oder ihr setet die Base vorher nicht. Wobei, man kann ihn aufbauen. Richtig pressend nicht blenden. Bei diesen pastelligen Farben pressen immer besser. Und dann seht ihr die Farbe tatsächlich auch. Oder ihr nehmt einfach einen weißen Concealer oder eine weiße Lidschatten Base und habt dann einen schönen Effekt. Ich benutze den jetzt tatsächlich auch erstmal nur als Grundierung, damit wir den Schimmerton gleich benutzen können. Hätte vielleicht ein bisschen blauer sein können. Wobei, in der Kamera verschwindet das Blau gerade. In echt sehe ich die Farbe wesentlich besser. Dann gehe ich in die Farbe Frosty und Lagun. Mische mir das so ein bisschen, dass ich einen anderen Schimmerton habe. Und kann mir dann wie so eine Cutcrease ziehen. Yes. Schön. Ganz tolle Kombination. Weil es so, ich sage es oft im Moment, effortless. Aber trotzdem halt einen Look. Ihr habt so einen frischen, frühlingshaften Touch auf den Augen. Mag ich sehr, sehr gerne. Außen gehe ich jetzt doch nochmal so ein bisschen mit einem kleinen Brush in die Farbe Intuition. Und blende mir das in die Lashline rein. Um das Ganze so ein bisschen hier auszusmoken. Wie so ein, ja fast schon wie so ein Smoky Liner. Also der Concealer gefällt mir tatsächlich nicht so gut gerade. Vielleicht muss man ihn baken. Und unten gehe ich ganz leicht in die Farbe Velvet und Shady. Und smoke mir das so in die Lashline rein. Und dann hier außen so ein bisschen hoch. Das liftet das. Ihr habt einen Look, der so ein bisschen Cat-Eye mäßig ist. Aber ganz smoky. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch die Crease so ein bisschen kontrastieren. Heißt das kontrastieren? Einfach mit einem dunklen Ton nochmal direkt hier rüber gehen. Ja, einfach ein bisschen mehr Tiefe hier. Jetzt auf die Entfernung sieht das Ganze wirklich super simpel aus. Ich möchte aber die Mascara benutzen. Das ist die Maxit Mascara. Habe ich schon getestet. Mag ich sehr gerne. Ich habe ja im Moment so ein kleines Lash Lift. Ich gehe aber trotzdem noch einmal durch. Die hat halt diese Micro Extension Fibers mit drin. Aber das ist nicht so, dass es verklumpt. Also die macht sehr, sehr schöne Wimpern. Und dann gehe ich auch nur noch über die Wimpernspitzen. Und baue das so ein bisschen auf. Dadurch kriege ich natürlich noch mehr Haare oben an die Spitze. Und ihr seht sofort diesen Lash Look. Wow, ich liebe den Look heute. Na ja, wollt ihr dann hier hinten noch so ein bisschen highlighten. Da gehe ich mit dem Banana Puder lang. Einfach hier so ein bisschen hoch. Ganz grob. Und das liftet nochmal. Wow. Ich bin schock... Schaut euch das an. Das ist so gar nicht mein Look. Also normalerweise kennt ihr mich Full Coverage Make-up. Super dunkle, schwarze Augen am besten. Und das ist so... She's cute. Wir haben noch diesen Monolidschatten. Den möchte ich mir natürlich noch mit drauf geben. Das ist wirklich eine der schönsten Farben, die ich kenne für Mint. Grüne Looks. Ich finde es auch ehrlich gesagt mal schön, dass es Mint dieses Jahr ist und nicht so rosa oder so. Ich kann rosa nicht mehr sehen. Ja, das gibt nochmal mehr Dimensionen auf den Look. Wir probieren jetzt doch mal diesen Matte Liquid Lipstick. Denn ich wollte was probieren. Auch den habe ich jetzt schon die letzten Tage gerne getragen. Ich liebe den Duft. Riecht... Ich glaube, das ist Einbildung. Vielleicht ist es aber auch so. Ich finde der dunkle, das ist die Farbe Exclusive Lémy, riecht ein bisschen nach Schokolade. Und so dunkel ist der gar nicht. Ihr seht, der hat eine super schöne Deckkraft. Wir lassen den ganz kurz antrocknen, aber nicht zu lange. Denn was ich im Moment super, super gerne mache, ich nehme einfach einen Concealer. Reibe den so ein bisschen in meine Haut an den Finger. Geh rüber, habt ihr so eine Nude Lippe, aber trotzdem so ein bisschen dunkler. Also so ein bisschen 90's Vibes. Und ihr braucht halt nicht noch einen zweiten Lippenstift. Sondern einfach... Oh, who is she today? Eigentlich könnte ich mich hier wie so ein Schönheitsfleckchen malen auf dieses kleine angewachsene Haar. Freunde... That's it. Was sagt ihr? Ist das das, was ihr euch vorgestellt habt? Ich dachte tatsächlich... Ich dachte tatsächlich, dass das Ganze eher mehr ist. Mehr dieses Full Coverage Make-up in diese Effekte. Aber ich muss sagen, mir gefällt das besser. Hätte ich nicht gedacht. Und das unterstützt aber so ein bisschen meine These, die ich euch, glaube ich, im ersten Video gegeben habe. Ich glaube, dass sich vieles auf diese natural, natürlichen, frischen Looks bezieht. Wir haben eine leichte Base, wir haben leichte Brauen, wir haben einen leichten Look, eine leichte, aber trotzdem markante Lippe. Und der Fokus ist auf Haut und Augen. Und so ist ein Look perfekt für den Frühling, perfekt für eine Sommerparty. Ganz leicht, ganz frisch und schnell gemacht. Ich bin super gespannt, wie viele Emojis ihr gezählt habt, ob ihr dem Video einen Daumen nach oben gegeben habt und was ihr zu diesem Look sagt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Rossmann vorbei. Die Produkte sind alle wieder in den Aufstellern angekommen. Vielleicht sind sie bei euch schon weg, aber schaut gerne mal vorbei. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald. Hier wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.